Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute Sie zu einer ganz aktuellen Medienlupe mit Peter Lewandowski begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Lieber, Herr Lieber, lieber Herr Lewandowski. Lieber Herr Müller, herzlich willkommen, wie geht es Ihnen? Es ist nett, dass Sie mir meine Frage abnehmen. Mir geht es, wie Sie hören, sehr gut. Das ist sehr schön. Wir haben doch ein heiteres Thema heute. Heute geht es um Faking Hitler. Das ist eine neue sechsteilige Serie, die in RTL am 30. November erscheint und sich mit den Hitler-Tagebüchern beschäftigt, mit Gerd Heinemann und Konrad Kujau. Sie, lieber Herr Lewandowski, waren beim Stern. Sie kennen Götz-George, Sie kennen Gerd Heidemann. Sie waren sozusagen, naja, vielleicht nicht dabei, aber Sie kennen die Hintergründe. Wie konnte es zum größten Medienskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte kommen? Also ich war dabei, habe aber mit sehr vielen Zeitzeugen gesprochen, nicht in den 80er Jahren, als es passierte, sondern ich war lebender Zeitzeuge, als Stomp herauskam und nochmal mit Abstand so eine Nachbearbeitung kam. Und ich habe mich witzigerweise vergangene Woche mit Michael Seufert getroffen, der von sich behauptet, er sei der letzte lebende Zeitzeuge außer Herrn Heinemanns, der auch ein Buch über die Hitler-Tagebücher geschrieben hat. Und das hat damals so eine Eigendynamik bekommen. Vor der Redaktion wurde das ja geheim gehalten. Das ganze Projekt wurde ausgelagert. Keiner durfte was wissen. Die Gier war viel, viel größer als die journalistische Sorgfalt. Und man hatte einfach das Gefühl, jetzt landen wir einen megagroßen Kuh und der hat natürlich komplett verblendet. Also vielleicht noch zum Hintergrund. Die Hitler-Tagebücher wurden, glaube ich, im April 1983 vorgestellt. Da lief die ganze Story aber schon zwei Jahre. Heidemann hat immer wieder mit Kuhjau gesprochen, hat sich mit dem getroffen, hat ein Tagebuch nach dem anderen von dem bekommen und dafür auch bezahlt. Und offensichtlich, soweit ich das verstehe, würde der Stern alle Tagebücher haben, bevor er damit an die Öffentlichkeit geht. Er hat 9,4 Millionen D-Mark, also fast 5 Millionen Euro bezahlt. Kuhjau behauptet, davon nur einen kleinen Teil bekommen zu haben. Der Rest des Geldes ist verschwunden. Also wo das Geld geblieben ist, konnte er nie aufgeklärt werden. Aber zwei Jahre lang hat Heidemann mit der Leitung des Stern zusammen an dem Projekt gearbeitet. Und wie Sie sagen, die Redaktion wusste davon nichts, hat nichts davon mitbekommen. Zum Teil war das ja so weit ausgelagert, dass die Chefredaktion noch nicht mehr was mitbekommen hat, sondern es lief dann über die Verlagsleitung und auch über den mittlerweile leider verstorbenen Vorstandsvorsitzenden Gerd Schulte-Hillen, Bella Hillen, den ich ja auch noch lang live miterlebt habe. Und wie gesagt, die Sehnsucht nach einem großen Kuh, man muss auch mal überlegen, dass wir damals in einer Zeit waren, wo eigentlich der Spiegel die Meinungsherrschaft in Deutschland übernommen hatte und der Stern langsam in die Bedeutungslosigkeit tatsächlich abgewandert ist, weil alle großen Skandalgeschichten fanden im Spiegel statt. Und der Stern hatte halt im investigativen Bereich eigentlich nichts mehr oder immer weniger. Und deswegen war die Sehnsucht so groß, da dieses Blatt nochmal ganz weit nach vorne zu positionieren, zum Teil mit tatsächlich auch hanebüchenden Fehlern in der Struktur drin. Und als die Chefredaktion damals damit konfrontiert wurde, dann konnte sie auch gar nicht mehr anders, als diesen Weg mitzugehen, weil schon zu viel Geld floss. Wir haben von dem Film Stonk gesprochen, da spielte Uwe Ochsenknecht den Kuhjau und Götzke Orge den Heidemann. Ein sehr lustiger, unterhaltsamer Film, aber der Heidemann wurde da doch eher als Witzblattfigur dargestellt. In dem Sechsteiler Faking Hitler bei RTL ist Heidemann dargestellt von Lars Eidinger und man lernt, dass Heidemann ein Starreporter war, der viele Storys an Land gezogen hatte, aber auch eine Durchstrecke hinter sich hatte und deswegen auf diese Hitler-Tagebücher angesprungen ist. Ja, er war sowas wie ein Starreporter im investigativen Bereich, hat viele Geschichten für den Stern an Land gezogen, hatte aber auch immer Kontakte zu, sagen wir mal, der neonazistischen rechten Szene. Das muss man sich halt auch anders vorstellen, das wurde in Stonk aber eigentlich auch ganz gut dargestellt, dass es Menschen gab, Geldgeber gab, die eigentlich noch ein Interesse hatten, die in der Vergangenheit auch ein Stück verhaftet waren. Diese Kontakte hat Gerd Heidemanns vortrefflich auch gepflegt. Als wir damals diesen Film Stonk gesehen haben, ich hatte Ihnen das im Vorgespräch erzählt, wir waren die Junge gerade an Reportern vom Stern und bevor der Film losging, in einem Hamburger Kino gab es erstmal schön Häppchen und Champagner, sehr beeindruckend für uns junge Leute, aber nicht so richtig angebracht. Nachdem wir diesen Film gesehen haben und wir vor Scham trotz aller Lustigkeit in den Sesseln versunken waren, habe ich dann einen damals 60-Jährigen, den Kuddeljohn, den Grafikleiter gefragt, sag mal, Kuddel, war das wirklich so schlimm? Und der hat mir schallend gelacht und hat gesagt, es war alles viel, viel schlimmer gewesen. Also diese ganzen geheimen Absprachen, die halt innerhalb der Redaktion getroffen worden sind und die auch niemals richtig aufgearbeitet wurden. Ich habe dann später immer nur noch Menschen beim Stern getroffen, die gesagt haben, ja, hekler Tagebücher, damit hatte ich überhaupt nichts zu tun, aber eigentlich waren sie doch involviert und ausgelagert gewesen. Das war eine sehr ambivalente Geschichte und hat auch nichts zur Selbstreinigung des Sterns in irgendeiner Form beigetragen. Es gab ja danach diesen Skandal, dass Peter Scholler-Thur mit Johannes Groß, Chefredakteur wurde in die Redaktion, ist in einen Streit gegangen. Henry Nannen wurde ausgebucht, der auch zu spät davon erfahren hatte. Und das war eigentlich der Beginn des Zusammenbruchs des Sterns. Und ich finde es eigentlich, aber schadet es, ein Haus wie RTL, das jetzt ja mit Gruner und Jahr fusioniert oder Gruner und Jahr in RTL aufgeht, den Rest der Marke Stern eigentlich auch noch mal so ein bisschen beschädigt. Sie rechnen sich natürlich damit aus. Viele reden jetzt über diese Produktion mit hervorragenden Schauspielern. Und das soll natürlich auch der Türöffner für RTL Plus sein, monatlich 4,99. Damit sollen die Leute reinfangen. Wir wollen ja als RTL in Konkurrenz gehen zu den großen Playern, zu Amazon, Netflix und so weiter und so fort. Und das ist der erste Schritt. Das passiert aber auf Kosten einer Marke, die immer noch einen großen Namen hat, die sich aber wohl scheinbar schwer noch revitalisieren lässt. Das ist so das letzte Ausschlachten, kommt mir das so manchmal vor, der Marke Stern und das ist für den Printjournalismus keine schöne Geschichte. Lesen Sie dann heute noch den Stern? Nein. Ich kenne auch kaum Leute, die ihn lesen. Ich habe Michael Seufert neulich getroffen, der mir gesagt hat, er liest ihn noch. Und da war noch ein Kollege dabei, der ist aber mittlerweile über 80. Das war der Anzeigenvermarkt des Stern. Der liest ihn noch jede Woche. Also die beiden machen die Auflage. Die beiden machen nicht. Der eine hat sogar ein Freiabo. Also deswegen macht er noch nicht mal viel Auflagen. Aber es ist tatsächlich ein Blatt, das nach seiner Relevanz einfach auch sucht. Und das wird halt auch immer schwieriger. Und viele junge Leute, ich weiß es von meinen Studenten, die kennen den Stern gar nicht mehr und kennen natürlich auch nicht dessen Geschichte. Die kennen auch nicht die Hintertagebücher. Sie kennen auch nicht Hengen an. Also das war ja damals 50er, 60er Jahre. Ich will jetzt nicht Nostalgie verfallen, vielleicht auch noch 70er Jahre. Eine irre Zeit. Da gab es Axel Springer, sehr umstritten auf der konservativ-bürgerlichen Seite. Dann gab es Rudolf Augstein mit dem Sturmgeschutz der Demokratie, der nur ein Feindbild hatte, das war Franz Josef Strauß. Und dann gab es den Stern mit Henry Nunn, der nicht nur schöne Mädchen veröffentlicht hat, sondern eben auch investigative Storys, der also so eine ganz, ich würde sagen, krude Mischung aus Lifestyle und Politik gemacht hat, aber die sich eben gut verkauft hat. Und wenn Sie sagen, heute ist der Stern nicht mehr relevant, keiner kennt ihn, ihre jungen Leute nicht, dann stellt sich ja schon die Frage, wo bleiben Illustrierte heute noch? Haben die überhaupt noch? Hat das politische Magazin im Printbereich noch eine Rechtfertigung? Waren die Hitler-Tagebücher der Genickbrecher oder war die digitale Revolution der Todesstoß für den Stern? Nein, es war, glaube ich, beides gewesen. Die Sternenredaktion hat sich immer durch ein unglaubliches Selbstbewusstsein ausgezeichnet, aber man darf auch nicht vergessen, dass diese Redaktion auch ein Stück von der Vergangenheit und dem Renommee gelebt hat und mehr oder minder auch in einem Glaskasten auch tatsächlich drin war und viele Sachen in der Realität nicht mehr erkannt hat. Ich hatte damals einen Chefredakteur, Rolf Schütholz, der versucht hat, die ganze Marke noch mal zu revitalisieren. Der Möllemann-Einkaufsschip und Möllemann musste als Wirtschaftsminister zurücktreten. Die Janssen-Affäre damals um Herrn Engholm-Gauweiler ist als Staatssekretär zurückgetreten. Da hat der Stern noch mal so eine leichte Revitalisierung in irgendeiner Form erfahren. Und was sich aber gleichzeitig dabei geändert hat, war, dass sich das Kommunikationsverhalten durch die Digitalisierung natürlich verändert hat, weil, das merkt jetzt auch die Bildsattung, alle großen Dampfer haben extrem an Auflage verloren, weil es dieses Phänomen der Massenkommunikation durch die digitale Kommunikation nicht mehr gibt, weil wir schon in einem Zeitalter der individualisierten Kommunikation durch die neuen Massenmedien wie Google oder Facebook tatsächlich angekommen sind. Aber jeder kann sich seine Kommunikation so gestalten, wie er das möchte und kann natürlich auch seine Informationsbedürfnisse durch Newsletter, Google, Allerz und was es alles gibt, sehr individuell befriedigen. Abschließende Frage. Für mich war als Kind, als Jugendlicher, meine Eltern oder mein Vater hat Stern, unter anderem Stern gelesen, Henry Nannen, der Stern. Ich habe erst viel später gelernt, dass der Stern gar nicht Henry Nannen gehörte, dass der schon in den 40er Jahren oder Anfang der 50er Jahre den Stern verkauft hat. Aber für mich war die Personifizierung, der Stern, Henry Nannen. Wissen Sie, wie Henry Nannen auf die Hitler-Tagebücher reagiert hat, auf diesen Skandal? Das war ein schwerer Schlag für ihn, vor allem, weil er, als er versucht hat, nochmal die Bogen zu glätten, ich kenne seine Enkelin sehr gut, die auch ein Buch über ihn geschrieben hat, und es gab eine Hauptversammlung und aus dieser Hauptversammlung wurde er von der Redaktion, man kann es nicht anders sagen, verjagt. Und die hat er mit Tränen in den Augen verlassen und es war für ihn im Grunde unfassbar, weil er bei allem Engagement, den er hatte, er hat ja die erste Illustrierte dieser Welt eigentlich geschaffen, erfolgreiche, natürlich gab es in der Weimarer Zeit auch, illustrierten Formate, aber das Wichtigste war immer die Recherche gewesen und zu gucken, dass auch alles stimmt, was veröffentlicht wird. Das war der Anspruch des Journalismus damals gewesen und das ist sträflich vernachlässigt worden, wegen der schon von mir zitierten Gier und das hat ihm doch ganz große Probleme auch bereitet. Gut, Herr Lewandowski, dann belassen wir es heute dabei. Heute Abend startet Faking Hitler bei RTL, sechs Teile und ich kann es empfehlen, weil Lars Eidinger, aber insbesondere Moritz Bleibtreu, die sechs Teile durchtragen. Moritz Bleibtreu spielt die Rolle seines Lebens als Konrad Kujau, der Fälscher der Hitler-Tagebücher. Vielen Dank, Herr Lewandowski, für heute. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Lewandowski.